Herzlich Willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel die Darstellung der Geschichte beim Thema historische Quellen, Darstellungen der Vergangenheit. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Die Darstellung der Geschichte Die Ereignisse und Entwicklungen der Vergangenheit kann man sich als eine lange Reihe von Zeitpunkten vorstellen. So reicht die Menschheitsgeschichte vom Entstehen der ersten Menschen bis in unsere heutige Zeit. Vergangene Ereignisse, wie zum Beispiel deine Geburt, werden häufig in Form eines Datums angegeben. In den seltensten Fällen wird auch die Uhrzeit und die Zeitzone eine Begebenheit erwähnt. Zum Beispiel betrat das erste Mensch, Neil Armstrong, am 21. Juli 1969 um 3.56 Uhr mittlereuropäischer Zeit den Mond. Der Zeitstreifen und die christliche Zeitrechnung Jesus Christus wurde vor über 2000 Jahren in dem kleinen Ort Bethlehem in der Nähe von Jerusalem im heutigen Israel geboren. 1000 Jahre später hatte die katholische Kirche in Europa einen so großen Einfluss auf das tägliche Leben der Menschen, dass die meisten dort begannen, die Jahre ab der Geburt von Jesus zu zählen. Man spricht deshalb von der christlichen Zeitrechnung. Die Menschheitsgeschichte wird heute in großen Teilen der Welt danach eingeteilt, ob sie sich vor, abgekürzt mit v.chr. oder nach der Geburt von Jesus, abgekürzt mit n.chr. ereignet hat. Ein Jahrhundert, wird abgekürzt mit j.h. umfasst eine Dauer von 100 Jahren. Vergangene Ereignisse können, wie Zahlen in der Mathematik, auf einem Zahlenstrahl danach geordnet werden, wie lange sie bereits zurückliegen und auf einem sogenannten Zeitstreifen bzw. Zeitleiste eingetragen werden. Zeitpunkte, die länger zurückliegen, werden auf einem Zeitstreifen weiter links und jene des jüngeren Datums sind weiter rechts eingezeichnet. In der christlichen Zeitrechnung gibt es kein Jahr 0, sondern Jesus wurde im Jahr 1 geboren. Zum besseren Verständnis der christlichen Zeitrechnung hier einige Beispiele von Jahreszahlen und ihrer Zuordnung zu den Jahrhunderten. Das 1. Jahrhundert v.ch. erstreckt sich also von 99 v.ch. bis 1 v.ch. Das 1. Jahrhundert n.ch. erstreckt sich also von 1 n.ch. bis 100 n.ch. Das 1. Jahr 1492 n.ch. die Wiederentdeckung durch Christoph Kolumbus ist hier gemeint, befindet sich im 15. Jahrhundert n.ch. Das Jahr 753 v.ch. die Gründung Roms der Sage nach, befindet sich im 8. Jahrhundert v.ch. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und im nächsten Video geht es dann um die Einteilung der Weltgeschichte in Epochen.